Diese Dimensionen sind also der nichtmaterielle Teil der Welt. Erstmal ergeben die sich rein aus der Mathematik. Dann hat er sich aber darüber hinaus mit sehr vielen Bereichen beschäftigt, in denen sich die meisten Physiker gar nicht wagen. Die Heimstheorie stellt die Mechanismen der Evolution also nicht ganz in Abrede. Es ist eben noch was anderes dabei, was die Richtung vorgibt. Es bringt erstmal das materielle Kartenhaus zum Einsturz. Den ganzen Bereich des Paranormalen deckt er ab. Und vielleicht der wichtigsten Frage, Menschheitsfrage überhaupt. Ja, Hannes, ich freue mich, dass wir die Möglichkeit haben, einiges von dir und von einer ganz besonderen Person zu erfahren, mit der du dich intensivst beschäftigst. Und man kann sagen, du bist hier in Deutschland, würde ich jetzt sagen, einer der, wenn nicht der übergebliebene Profi, der sich mit dem Physiker Burkhard Heim und seinen Theorien auseinandersetzt. Und da vorab die Frage, wenn du nur in Stichworten nennen müsstest, welche Punkte berührt die Heimtheorie, was würdest du sagen? Oh, also eine ganze Menge Stichworte. Erstmal freue ich mich über, dass wir dieses Gespräch führen zusammen. Und als Einstieg für diejenigen, die Burkhard Heim jetzt nur vom Hören sagen oder vom Namen her kennen oder noch gar nicht. Burkhard Heim war ein deutscher Physiker. Und er hat sich beschäftigt mit den großen Rätseln der Physik, das heißt Vereinigung von Relativitätstheorie und Quantentheorie, mit der Möglichkeit, Gravitation zu erzeugen. Er hat eine Methode gefunden, das Massenspektrum der Elementarteilchen vorauszuberechnen, aus einer rein geometrischen Betrachtung. Das ist mal die klassische Physik. Und das sind allein schon, allein das Massenspektrum der Elementarteilchen ist schon zwölf Nobelpreise oder so wert. Dann hat er sich aber darüber hinaus mit sehr vielen Bereichen beschäftigt, in denen sich die meisten Physiker gar nicht wagen, auch andere Wissenschaftler nicht. Das heißt, den ganzen Bereich des Paranormalen deckt er ab. Ich mach mal so vier. Den ganzen Bereich des Paranormalen, der Frage und vielleicht der wichtigsten Frage, Menschheitsfrage überhaupt, der, was passiert mit uns, wenn die Verbindung zwischen dem Geistigen und dem Körper endet, das heißt, wenn wir sterben. Das sind große Themen, die er da dann aufgemacht hat. Jetzt stellt sich dann natürlich so die Frage, okay, wie passt das zusammen? Also wenn ich jetzt vom normalen materialistischen Weltbild ausgehe, wie kann man auf eine Theorie kommen? Wie kann man das zusammenbringen, dass halt diese Themen, die du gerade genannt hast, großen Fragen unserer Existenz, mit der Physik so ineinander greifen? Kannst du uns irgendwie runtergebrochen so in die Heimtheorie mal einführen? Was genau macht das aus? Ich glaube, Burkhard Heim ist, also Burkhard Heim ist definitiv nicht der einzige Physiker, der sich über diese Dinge Gedanken macht. Er hat bloß sehr konsequent es zu Ende gedacht und war sich auch nicht zu schade, über gewisse Grenzen zu überschreiten, die vielleicht so ein bisschen als Denktabu gelten in der Lehrbuchphysik, sag ich mal. Ich sage es mal einfach in ein paar Sätzen, Burkhard Heims' Welt hat sechs Dimensionen. Das sind zusätzlich zu den uns Bekannten vier von Raum und Zeit, also zwei zusätzliche. Und diese Dimensionen sind also der nichtmaterielle Teil der Welt. Wenn wir von Materie sprechen, von Physik, dann meinen wir normalerweise diese Raum und Zeit, diese vier Dimensionen. Und er erweitert das also um zwei zusätzliche und kann die auch genau benennen und Prozesse angeben, die darin stattfinden. Und darin haben Platz erstmal alles, was die reine Materie ausmacht, aber auch, was das Lebendige ausmacht. Das Lebendige, das Psychische und das Mentale. Also diese drei Ebenen, wo man im klassischen Sinne sagt Körper, Seele, Geist, die können darin, man kann sie darin einordnen. Und dann hat man ein formales System, in dem man über Dinge sprechen kann, die bisher in der Physik als nicht real galten oder nur als Abfallprodukt materieller Prozesse. Aber in diesem Bild muss man sie dann ernst nehmen und sagen, ja, es gibt sie. Und sie haben eine Realität, die regelrecht, man kann sagen, eine physikalische Realität im Sinne einer erweiterten Physik. Und sie sind dann wesentlich handfester. Also unser Dasein, unsere Psyche, alles, was uns ausmacht, ist dann etwas, das man fast greifen kann im übertragenen Sinne. Okay, also du hast gerade von formalen Kriterien gesprochen. Das heißt also so, wie man mit Höhe, Länge, Breite und Zeit Berechnungen heutzutage durchführt, formale Kriterien und so weiter, so wären diese anderen beiden Dimensionen wirklich auch mathematisch in den Formeln mit drin. Das ist jetzt nicht einfach irgendein esoterisches Konzept, sondern ist es wirklich auch so für Hardcore-Mathematiker oder so Dinge, mit denen er gerechnet hat? Ja, das ergibt, erstmal ergeben die sich rein aus der Mathematik, diese Forderung von sechs Dimensionen. Interessanterweise ist das die gleiche Zahl, zu der Roger Penrose, Physik-Nobelpreis 2020 war es, glaube ich, auch gekommen ist, in den 60er Jahren, glaube ich, nach Heim. Aber aus einem völlig anderen Ansatz, nur der konnte nicht interpretieren, was diese sechs Dimensionen und diese zwei zusätzlichen Dimensionen sein sollen. Aber Heim konnte das. Und da geraten wir dann in den Bereich, oder da kann man auch die Transzendierung vollziehen, wo die also rein auftauchen in Formeln für Elektronen, Protonen und so weiter und wo so das ganz Normale stattfindet. Aber man kann in diesen Dimensionen die Transzendierung machen, vom Unbelebten zum Lebendigen, zum Mentalen letztendlich. Und das ist diese große Leistung, die Heim vollbracht hat. Eigentlich waren diese, ich nenne sie jetzt mal beim Namen, die Sachen, also die fünfte Dimension nannte er Entelechie. Ist ein Begriff, den es seit Aristoteles gibt und der das innere Wesen der Dinge bezeichnet. Heim hat das etwas erweitert. Also dieser Begriff hat sich sowieso gewandelt in der Philosophie über die Jahrhunderte und Jahrtausende, muss man eigentlich sagen. Und er hat so aufgebaut auf die Forscher namens, auf die Forscher, Namen nenne ich jetzt mal Hans Driesch, Alexander Gurewitsch. Große, so vor 100 Jahren haben die gewirkt und waren eigentlich sehr bekannt zu der Zeit. Der ganze Forschungszweig ist irgendwann eingeschlafen. Also diese Wissenschaft von den formbildenden Kräften, die in der Materie wirken. Und wo es dann ja auch interessant ist, nämlich wie differenziert sich ein Lebewesen aus in diese fantastischen, komplexen Formen. Das kann ja nicht alles nur aus Zufall entstehen. So weder ontogenetisch noch phylogenetisch. Also weder in der Evolution selber noch in der Ausprägung des einzelnen Lebewesens. So und von diesem, ein Bindegick gab es noch, die muss auch erwähnt werden, finde ich, weil der kommt, eine Frau, der immer zu wenig Ehre zukommt, wenn es um Heim geht. Hedwig Konrad-Matius, deutsche Philosophin, Schülerin von Edmund Husserl, die sich auch mit diesen Begrifflichkeiten sehr viel beschäftigt hat. Und von der Heim sowohl die Begriffe als auch die Konzeption übernommen hat. Aber seine große Leistung ist es gewesen, dass er es in ein formales System gepackt hat. Und das ist erstmalig gewesen in der Geistesgeschichte des Abendlandes. Okay, viel Information. Interessant. Also dann, da muss ich aber nochmal nachhaken. Also jetzt mit der fünften Dimension. Also da geht es um etwas, was nicht materiell, so wie wir es eigentlich so jetzt erstmal im Kopf hätten. Formgebend, hast du gerade gesagt. Nennen wir es mal Idee. Idee. Idee, Struktur oder Plan. Du hast mal auf deinem YouTube-Kanal, Sechs Dimensionen in Farbe, hast du mal ein Beispiel gehabt mit einem Papierflieger. Kannst du irgendwie das nochmal runterbrechen, um damit wir, also bei Zeit wissen wir ja, das ist ja auch nichts Materielles. Zeit ist ja komischerweise auch ein ganz merkwürdiges Phänomen, nicht Materie, aber irgendwas Materie der Zeit unterworfen. Also über Zeit hinaus gibt es also noch etwas, wo Materie etwas anderem der fünften Dimension unterworfen ist. Beschreib mal. Leicht runtergebrochen, so gesehen. Darf ich es noch erstmal kompletieren? Also die fünfte Dimension ist, nennen wir es mal, Reich der Ideen. So könnte man es subsummieren, als in einem Wort oder in einem Satz. Die sechste Dimension ist eine, sie hat etwas zu tun mit Zeit oder man kann sagen, sie ist zeitartig. Stell ich mal so in den Raum. Sie heißt das Äon oder äonisch bei Heim, geht auch auf die antike Philosophie zurück. Aber vielleicht ist es doch besser, wenn ich das anhand des Beispieles jetzt einmal erkläre. Der Papierflieger ist das eine. Das andere, was ich immer gerne hernehme, ist das Ikea-Regal. Also wenn ich mir das Regal zu Hause zusammenbaue, da habe ich die Anleitung. Und da sind verschiedene Stadien abgebildet. 1, 2, 3, 4, 5 bis 12 oder sowas. Und jedes dieser Stadien bildet eine bestimmte Struktur ab, eine bestimmte Idee des Zustandes dieses Regals. Am Ende steht die Idee des kompletten Regals. So, und diese Zwischenzustände, die muss ich alle durchlaufen, damit ich am Ende die Idee des fertigen Regals in Raum und Zeit umsetze. Die Strukturen an sich sind aber ungeordnet. Die sind einfach da. Das, was sie anordnet, das ist diese Dimension 6 und das nummeriert im Prinzip diese verschiedenen Stadien. Ich kann ja nicht hergehen und erst anfangen mit Nummer 6 und dann zu 1 und dann zu 12 springen oder irgendwie. Das hat eine sinnvolle Reihenfolge. Und diese sinnvolle Reihenfolge, das heißt, wie sich Strukturen in Raum und Zeit entwickeln. Streng genommen auch außerhalb von Raum und Zeit, aber bleiben wir bei diesem konkreten Beispiel. x6 bestimmt, wie sich die Strukturen aus x5 in Raum und Zeit entwickeln und umsetzen. Man könnte auch zu x6 sagen, die evolutive Koordinate oder die teleologische Koordinate, also die den Dingen Ziel und Richtung und Sinn verleiht. Okay, also interessant. Also eine Erweiterung von Zeit. Zeit an sich hatte noch keinen Sinn, so gesehen. Es ist einfach nur eine Abfolge. Aber da wäre dann in xx für Dimensionen immer, ne? In der Dimension 6 also diese Zielgebungskomponente drin. Genau. Ah, okay, interessant. Ja, da wird es ja dann ganz faszinierend, irgendwo bei der Thematik. Wenn man von Zielen spricht, irgendwo stellen sich ja direkt ganz viele Fragen. Okay, erstmal haben wir jetzt verstanden, was macht das überhaupt aus, ein Weltbild? Also zwei zusätzliche Dimensionen. Ikea-Regal, die sozusagen Strukturen und Ziel vorgeben. Okay, was sonst in unseren vier Dimensionen nicht enthalten ist eigentlich. Aber überall da? Okay. Jetzt ist es so bei Burkhard Heim, da möchte ich mal zu dem nächsten Punkt kommen. Der Burkhard Heim hat interessanterweise nicht nur eben dieses neue Weltbild entworfen, sondern hatte gleichzeitig auch, ja auch um die Sachen zu verlegen oder um Dinge zu publizieren, hatte er einen Kontakt zu dem Theologen Andreas Resch. Das war, wie kam es zu diesem Kontakt und war das eine engere Freundschaft oder wie hat ihn das beeinflusst oder haben die sich beide gegenseitig beeinflusst? Was kannst du dazu erzählen, Physiker und Theologe? Ja, zu Andreas Resch muss man vielleicht noch sagen, also Professor für Theologie an der Universität Innsbruck. Heim war Beauftragter des Vatikans für, ja eigentlich für, ja man kann es unter paramormale Phänomene subsumieren. Ich glaube, sie haben es also ihr Wunder, Marienerscheinungen und sowas genannt. Diese, ja sie haben sich kennengelernt auf den Basler Zietagen, wenn ich richtig informiert bin, also den Anfang der 70er, Ende der 60er Jahre. Heim war damals schon aktiv im Bereich der instrumentellen Transkommunikation, das heißt, dass man also Stimmen von Verstorbenen ins Radio bekommt. Hatte auch gute Erfolge damit. Und ja, irgendwie sind sie sich in Basel damit begegnet und haben sich angefreundet, wie das halt so passiert. Ich kenne den genauen Hintergrund nicht, also was sie da am Tisch gesagt haben. Aber Heim hat dann schon Anfang der 70er einzelne Aufsätze in seinem Verlag publiziert. Also Andreas Resch hatte den Verlag, ja Andreas Resch Verlag, beziehungsweise Imago Mundi hieß seine, ich weiß nicht genau, ob es der Co-Name des Verlags war. Auf jeden Fall seine Webseite, die ist auch noch online, obwohl der Verlag die Tätigkeit eingestellt hat, Imago Mundi, ein Wort, Punkt bis. Hat alle Werke, die er publiziert hat, sind als Download verfügbar, so wer sich dafür interessiert. Auch die Heimbücher. Gut Heim hat dort einfach einzelne Aufsätze publiziert, philosophische Betrachtungen. Auch schon damals dieses sehr obskure Werk, das die Titel trägt, Postmortale Zustände, Fragezeichen, was sich viele in großen Erwartungen gekauft haben. Also nach einer Seite aufgegeben haben, weil es einfach so kondensiert in seiner eigenen Sprache und Verweise auf nicht publizierte Arbeiten, die noch vom Hundertsten ins Tausendste führen, also sehr schwierige Materie. Lohnt sich zwar schon, aber man muss sich wirklich da reinfuchsen und lange damit beschäftigen. Ja, und sie haben sich aber, sie haben sich gut verstanden in dieser Symbiose aus der, vielleicht weniger dem Theologischen, aber der Betrachtung von ungewöhnlichen Phänomenen. Das war ja Andreas Reichs Spezialgebiet. Ich spreche von ihm in der Vergangenheit, aber er ist noch am Leben, hat sich zurückgezogen. Das war sein Spezialgebiet und Heim hatte etwas dafür geliefert, was das Ganze glaubwürdig macht. Also in Heims Theorie gibt es ungewöhnliche Phänomene, die in diesem System eben ihren Platz haben, ihr Zuhause haben. Die können nicht einfach, man kann sie darin nicht einfach mehr unter den Tisch kehren und sagen, das gibt es ja nicht, weil wir haben kein Modell dafür. In diesem Modell geht das. Also da gehen dann Dinge wie Stimmen von Verstorbenen hören, da gehen Geistererscheinungen, da gehen vielleicht sogar Besessenheiten und so weiter. Und ja, bis hin zu Marienerscheinungen etc. Dingen, die als Wunder erscheinen. Und ich will dem gar nicht das Wundersame absprechen, ich will nur sagen, sie haben darin ihren Platz. Übrigens, vielleicht ist wichtig da noch zu sagen, die Dimensionen X5 und X6 ersetzen nicht das Konzept eines Schöpfers. Also das ist keine Inkursion in die Theologie, wo quasi der Essenz, dem was man Glauben nennt, etwas entrissen wird. Gut, es ist eine Weiterentwicklung der Betrachtung der Welt, aber die letzte Ursache wird damit nicht erklärt. Ist auch nicht, ist sowieso, wenn man das Ende denkt, man kann sowieso nie eine letzte Ursache von irgendetwas angeben, das wäre infiniter Regress. Also wenn man jetzt dieses Reich der Ideen hat, es bleibt die Frage, woher kommen denn die Ideen? Und das ist vielleicht, es ist gut kompatibel mit antiken Vorstellungen vom Schöpfer an sich, von dem Demiurgen, der dazwischensitzt und sozusagen das Handwerkliche macht und so weiter. Und deswegen haben sie sich, glaube ich, gut verstanden. Ja, macht irgendwie auch Sinn. Also ich finde, wenn man es so hört, einfach für jemanden, der jetzt gottgläubig ist oder spirituell ist oder sowas, klingt es ja schon einfach nach, wie du gerade sagst, so einer Erweiterung des Weltbilds. Als man Zeit geometrisiert hat, hat ja auch keiner irgendwie, oder vielleicht gab es Aufschrei, weiß ich jetzt nicht, dass manche gesagt haben, wir schaffen jetzt Gott ab, weil wir verstehen alles. Das gab es ja schon, ne? Klar, aber im Grunde genommen ist es nur ein besseres Verständnis von Dingen, wie die Natur gestaltet ist. Also das noch besser zu verstehen durch diese zusätzlichen Dimensionen ist ja eigentlich gut, ist ja sehr sinnvoll, dann auch die Fragen weiterzuführen. Du hast gerade schon ein paar Punkte angesprochen zu diesem Bindeglied Physik und Spiritualität, die durch Heims-Theorie möglich ist. Kannst du das mal noch ausführen? Vielleicht hast du sogar Beispiele, ich erinnere mich auch, du hattest mal was in einem Video von dir erwähnt, auch wegen Spukphänomenen, Temperatur. Also vielleicht hast du mal Beispiele einfach, wo man Heim-Theorie sozusagen auch da finden könnte oder wo es verbunden ist. Ja, bei dem, das ist ein gutes Beispiel. Die Frage ist ja immer, wo halten sich denn Geister auf, meinetwegen? Was immer jetzt Geister sind, sagen wir mal dahingestellt, aber wir betrachten sie jetzt mal rein phänomenologisch. Das heißt, es wird berichtet und es werden bestimmte Begleiterscheinungen berichtet und wir gehen mal davon aus, diese Berichte stimmen. Kant selber hat ja gesagt, also er zweifelt jeden einzelnen Fall an, aber die Masse der Fälle, wenn es ähnliche Muster gibt, dann muss man das doch ernst nehmen. Also das tun wir jetzt einfach mal. Wenn diese Entitäten, wenn ich es mal ganz allgemein beschrieben, in einer parallelen Welt sind, wenn sie also entlang dieser Dimension X5 ein bisschen verschoben sind, dann sind sie eine Idee aus unserer Sicht. Wenn sich diese Idee, diese Idee, Idee ist nicht Energie, ganz wichtig. Idee ist, ja, Information, ich benutze das Wort nicht gerne, weil das assoziiert, das wird meist zu sehr assoziiert mit reinen Daten und das ist es, das reicht eigentlich nicht. Also eine Idee. Wenn sich diese Idee in Raum und Zeit manifestieren will, dann bedeutet das, Wahrscheinlichkeiten werden verschoben. Nochmal kleiner, nochmal einmal ausgeholt, das ist genau das, was man beobachtet bei Evolutionsprozessen. Nämlich die ganzen Mechanismen, die man erforscht hat, Mutationen und so weiter, die treten ja auf. Nur offensichtlich zinkt jemand die Würfel. Also Ideen, die sich manifestieren wollen, beeinflussen die Materie, indem es Wahrscheinlichkeiten verschiebt, sogar auf der Kantenebene. Das heißt, unwahrscheinliche Zustände werden bevorzugt realisiert. So viel zum Thema Evolution, vielleicht sprechen wir darüber auch noch gleich etwas ausführlicher. Aber dasselbe passiert dann, wenn sich eine verstorbene Persönlichkeit irgendwie in unserer Welt so Ausdruck verschaffen will. Dann bedeutet das, es muss ein Energieaufwand, es muss eine Struktur erzeugt werden. Das heißt, die Umgebung, es geschieht etwas Unwahrscheinliches. So kann man es runterbrechen. Das heißt aber, die Umgebung erfährt eine Entropieabsenkung und das bedeutet, es findet ein Energieaufwand statt. Und diese Energie muss irgendwo herkommen. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die kann zum Beispiel aus der thermischen Bewegung der Moleküle in der Luft kommen. Und das heißt nichts anderes als, dass sich die Luft abkühlt in dem Moment. Oder sie kann aus Licht gewonnen werden, das heißt, es wird plötzlich, fällt da ein gruseliger Schatten. Also Illobrand von Ludwiger hat immer gesagt, wenn jemand einen Geist sieht, dann bitte nicht schreien, weglaufen, sondern einen Thermometer ranhalten. Dann können wir es endlich beweisen. Erstmal Fieber messen, Untertemperatur. Okay, interessant. Und natürlich ist dann eben dieses Abkühlung, dass man sich gruselt, dass es einem schaurig wird, ist dann halt so ein Begleiteffekt, der ja eben häufig berichtet wird bei solchen Erscheinungen. Und es hat vielleicht einfach einen physikalischen Grund und keinen, von dem man sich fürchten müsste. Das ist die erstaunliche Erkenntnis daran. Okay, interessant. Also wenn ich es richtig verstehe, ich breche es nur nochmal runter, so kurz zum Abgleichen. Also wenn ich mich durch den Raum bewege, brauche ich Energie, von A nach B zu kommen, brauche ich Sprit oder meine Füße oder sonst was. Ich verbrauche Energie, um mich in der Zeit, also absichtlich zu bewegen, können wir aktuell nicht, aber Zeitmaschinen oder so, das würden auch irgendwie Energie benötigen, um sich in dieser Dimension der Zeit zu bewegen, hin und her, um sich in der Koordinatenwelt darüber zu bewegen. Also Idee, die verwirklicht wird in unser, also wenn da eine Bewegung stattfindet innerhalb dieses Koordinatensystems, ist Energie nötig. Und das könnte dann eben dadurch unter Umständen erklärbar sein, dass Temperatur abfällt. Wenn sich Strukturen in der Raumzeit manifestieren, dann ist Energie nötig. Wie ist das denn kurz zwischengefragt, also wenn ich mich in einer, in der Koordinate x5, x6 oder so verschieben würde, ich selbst, würde ich das so wahrnehmen? Also jetzt Hypothese, jetzt diese Spukphänomene oder was auch immer da dann eben stattfindet. Ist das aus deren Sicht, sind wir Idee aus deren Sicht, sind, also diese Betrachtung, weißt du, wie ich es meine? Da wären wir beim Thema der Frage, gibt es eine verallgemeinerte Relativitätstheorie in sechs Dimensionen? Es gibt viele Hinweise darauf, dass das tatsächlich der Fall ist. Und so gesehen müsste man, also Relativitätstheorie basiert auf der Annahme, oder unter anderem auf der Annahme, überall im Universum gelten gleiche Naturgesetze. Und zwar auch egal, wie schnell man sich bewegt. Wenn man das auf sechs Dimensionen ausdehnt, müsste das heißen, egal in welcher, auf welcher x5, x6 Koordinate ich mich befinde. Ich habe immer eine Welt, die aus meiner eigenen Sicht eine gewisse artstoffliche Dichte hat, aber alle anderen Welten erscheinen als Idee. Weil die Welten, die wir jetzt nicht wahrnehmen, sind Ideen von uns aus gesehen. Und umgekehrt müsste es aber genauso sein. Okay, also so ein bisschen wie, ich fliege annähernd Lichtgeschwindigkeit, aber für mich vergeht die Zeit normal, gefühlt. Nur die anderen haben alle eine komische Zeit so gesehen, die ich beobachte. Also das ist ein ähnliches Phänomen dann theoretisch. Okay, genau. Das nur so als Abzweig. Okay, interessant. Bleiben wir nochmal kurz bei den spirituellen Fragen. Was würdest du sagen, die Gedanken von Haim, ist ja jetzt auch interessant, eben mit seinem Kontakt zu dem Professor Resch, wie passen seine Gedanken zu religiösen Vorstellungen jetzt von der Seele, von dem Jenseits, von Paradies, Geisterwelt, sowas. Also gibt es da noch mehr Berührungspunkte? Sind diese Sachen jetzt erklärbar oder sind das, was kann man dazu ausführen? Was kannst du denn dazu sagen? Man muss erstmal vorsichtig sein. Das eine ist, dass er also Dinge formalisiert hat, ausgedrückt, ein paar wenige Aussagen ableiten kann. Zum Beispiel leitet er ab, es ist sehr eindeutig, dass wir nach dem Ableben unseres biologischen Körpers fort existieren. Er macht sogar Aussagen darüber, inwiefern uns das von Tieren unterscheidet. Sehr interessante Frage. Aber man muss aufpassen, wenn es jetzt darum geht, von Jenseitsvorstellungen, da würde ich eher sagen, man kann seine Theorie dazu benutzen, diese zu beschreiben. Aber was da alles abläuft, soweit hat er sich weder vorgewagt, noch geht das aus seiner Theorie hervor. Man könnte jetzt zum Beispiel sagen, die Frage, gibt es ein Paradies? Und vielleicht auf der anderen Seite gibt es eine Hölle. Es gibt verschiedene Welten und die haben verschiedene Qualitäten. Und je nachdem, mit welcher Welt man in Resonanz geht, hält man sich dort auch auf. Die Buddhisten haben es ein bisschen stärker differenziert. Da gibt es also insgesamt sechs Welten, die da zwischen Himmel und Hölle sind. Aber es ist die eigene Einstellung, die bestimmt, wohin man kommt. Und da kann man vielleicht ganz gut mit Heim sagen, wenn man es auf seine Begriffe herunterbricht oder in seinen Begriffen beschreibt, erst mal das Konzept von Entfernung. Du hast von Raum und Zeit gesprochen. Wir bewegen uns durch Raum und Zeit in Form von, da ist Entfernung, ist in Metern gemessen. Und in Zeit ist Entfernung in Sekunden oder Jahren. Und die Frage ist ja, welche Entfernungen, was ist denn Entfernung in x5 und x6? Verschiedene Strukturen sind, die Entfernung zwischen verschiedenen Strukturen ist definierbar durch den Begriff der Ähnlichkeit. Das hat nun nichts zu tun mit unserer klassischen Vorstellung von Entfernung, aber dazu sind diese Dimensionen auch nicht da. Sie sind ja etwas ganz anderes als die übrigen vier. Das muss man schon also berücksichtigen von der Semantik her. Wenn wir also uns bewegen in diesen Dimensionen, dann heißt das, dass wir in eine Strukturresonanz gehen mit anderen Strukturen. Das heißt nichts anderes als, wenn man jetzt, wenn man sich sympathisch ist zum Beispiel zwischen zwei Menschen, dann ist man strukturell nah, weil irgendwas erkennt man in dem anderen wieder. Und wenn das nicht der Fall ist, dann wird man sich nicht begegnen oder einen Bogen umeinander machen oder so. Und genauso ist das, wenn man, man kann ja sagen, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es zurück. Also das, worauf man sich einstellt innerlich, emotional und vor allem von seinem Charakter. Das ist das, was die eigene Struktur ausmacht. Und man wird das anziehen, beziehungsweise sich dort aufhalten, was dazu passt. Das ist also dann, es ist die Konsequenz des Eigenhandelns. Okay, also damit ist die Eigenverantwortung dann da in dem Fall viel größer, so gesehen. Ja, und das war auch etwas, was Heim sehr wichtig war zu betonen. Er hat das so in gewichtigen Worten ausgedrückt, ich hoffe, ich erinnere mich jetzt genau. Und hoffe, dass wir ihnen, also den Menschen, zeigen können, welche Maßstäbe vom Kosmos selbst an ihrer Existenz angelegt werden. Nicht, dass man sich nur auf menschliche Moralvorstellungen, die man jetzt beliebig diskutieren kann, verlässt, sondern dass es universelle Gesetze gibt, nach denen man handeln sollte. Um ein gutes Leben zu führen, nicht zu leiden, um gut in der Welt zu wirken. Also, so gesehen, das ist ja auch wieder eine Zielvorgabe dann, oder? Also es wäre dann so in X6 nur eben kosmisch gedacht. Also, es sind universelle Gesetze und darin hat man eben seine, ja, wir haben einen freien Willen. Und mit dem können wir grundsätzlich tun, was wir wollen, aber es ist wirklich von uns abhängig, was uns begegnet und was uns widerfährt. Das sind wir, wir haben hundertprozentig die Verantwortung. Das ist nicht, das ist nicht wegdiskutierbar in diesem Fall. Also es kann uns nicht, man kann sich nicht rausreden, gewissermaßen. Okay, das ist ein interessanter Punkt, weil du hast vorhin schon kurz die Evolution angesprochen, Evolutionstheorie. Jetzt sagst du, wir haben die Verantwortung für uns komplett, also für unser Handeln. Jetzt hast du vorhin aber schon darauf hingewiesen, dass diese, naja, rein mathematische Betrachtung der Evolutionstheorie, dass da halt irgendwo, wenn ich jetzt einfach vom Zufall ausgehe, bekomme ich Probleme. Und dass da aber auch Zielvorgaben sind. Wie bekomme ich die Sachen vielleicht zusammen? Also diese beiden Punkte, diese eigene Verantwortung, die wir alle haben, im Gegensatz zu dem, dass du, ja, wie hast du es beschrieben bei der Evolutionstheorie? Was ist vielleicht das Problem, was sich manchen stellt und wie spielt Daheim's Gedankenwelt rein? Kannst du ja nochmal das ausführen. Evolutionstheorie hat genau das Problem, was du sagst, dass der Zufall einfach nicht reicht, um es zu erklären. Das hat, haben verschiedene Forscher und auch Parapsychologen, haben das zuletzt auch, vielleicht fällt da sein Name nicht ein, nicht Andreas Müller, sondern Andreas Anton, haben das gut beschrieben. Wie unwahrscheinlich das alles ist, dass alles per Zufall entstanden sein könnte. Aber dieses Manifestieren von Ideen ist eben kein Zufall, obwohl es so wirkt. Und es ist auch im Einklang mit allen Beobachtungen, die man Experimenten, die man in der Parapsychologie gemacht hat. Wenn man sich konzentriert auf eine, auf ein Dioden rauschen, dann ist das, dann wird das verschoben. Und zwar sowohl individuell als auch im globalen Maßstab. Und nun kann man sich die Frage stellen, welcher Geist steckt dahinter, der dafür sorgt, dass sich Lebewesen entwickeln, dass sie sich von primitiven Anordnungen zu komplexen Anordnungen entfalten, dass es diese Sprünge gibt, die ja schnell, die ja erdgeschichtlich in kurzer Zeit entstehen. Das ist kein konstantes Aufwärtsgehen, das sind Explosionen, Typostrophen heißt das. Das Gegenteil von Katastrophe, also so ein schöpferischer Impuls, der plötzlich alles blühen lässt. Und dann geht es eigentlich wieder eine Weile bergab. Das hat man in den Fossilienfunden so festgestellt. Und also es ist keine, die Heimstheorie stellt die Mechanismen der Evolution also nicht ganz in Abrede. Sagt, das findet natürlich alles statt. Man kann argumentieren mit zufälligen, mit Mutters, nicht mit zufälligen, mit Mutationen, mit den Auswirkungen von sexueller Fortpflanzung. Aber es ist eben noch was anderes dabei. Was die Richtung vorgibt. Und das muss ein anderer Wille sein, der es irgendwie lenkt. Okay, das heißt also, hier haben wir in der Heimtheorie eine Symbiose, jetzt von mir aus auch zwischen teils fundamentalen christlichen Gruppen, wo sich Leute irgendwie die Frage stellen und sagen, Evolutionstheorie kann nicht sein, ist alles Quatsch, weil eben dieses Problem des Zufalls da ist. Das sehen die Gruppen, lehnen aber die Evolutionstheorie komplett ab. Dann gibt es eben Evolutionsbiologen, die sagen, ja gut, aber wir können es doch hier sehen, diese Veränderung. Und hier haben wir also sozusagen eine Theorie bei Heim, die im Grunde genommen beide Lager zusammenbringen kann. Also die erklärt, warum Evolutionstheorie stimmen kann, aber eben nicht so, wie sie allgemein angenommen wird durch Zufall, sondern wir haben eine Zielgebungsvariante da. Okay, also es ist ja eigentlich was sehr Schönes, wenn man da irgendwie Leute zusammenbringen kann, die einfach irgendwo halt noch keine Möglichkeit hatten, einen Konsens zu finden. In der Heimtheorie wäre also das auch an dieser Stelle dargegeben. Ja. Okay, faszinierend. Wo wir bei dem Punkt sind, auch jetzt überhaupt Menschen zusammenzubringen, also irgendwo da gemeinsame Brücken zu schaffen und Ziel für die Menschheit vielleicht auch. Was würdest du sagen, die Heimtheorie zum Thema Ethik und moralisches Handeln? Also jetzt bei uns, die Welt ist ja in den letzten, naja, 200, 300 Jahren sehr materialistisch, mechanistisch geprägt. Wie kann die Heimtheorie denn da auch vielleicht Brücken bauen oder Menschen helfen in Bezug auf, ja wie kann die Heimtheorie moralisches Handeln beeinflussen? Ist das wichtig? Spielt das eine Rolle aus der Theorie? Für Heim spielt das eine große Rolle. Ich würde sagen, die Heimtheorie zeigt erstmal, dass es mehr gibt als Materie. Und allein dieser Fakt, das ist bereits, es bringt erstmal das materielle Kartenhaus irgendwo zum Einsturz. Und was übrig bleibt, kann nur eine Forderung nach moralischem Handeln sein. Weil wenn die eigene Existenz weder ausgelöscht wird mit dem Ende, noch alles dem Zufall überlassen bleibt, was Handlungen für Konsequenzen haben, dann bleibt einem nichts anderes übrig, als sich zu fragen, nach welchen Maßstäben handle ich eigentlich und was bewirke ich damit in der Welt. Und alles andere ist dann Aufgabe der individuellen Ausgestaltung für den persönlichen ethischen, moralischen Kompass, als auch von was Gesellschaften wollen. Aber Heim bringt diese, ich sage es mal, Krücke ins Spiel, die wir von unserem bisherigen, die unser bisheriges Denken aufgreift, indem wir ja irgendwo trostlos verloren sind in einem sinnlosen Universum und sagt, nee, wenn man den Gedanken konsequent zu Ende denkt, dann steht hinter dem Ganzen ein Sinn. Und ich kann es formal zeigen. Und wenn man das aufgegriffen hat, dann kann man sich mit größerer Selbstverständlichkeit den philosophischen, spirituellen, religiösen Fragen des Lebens widmen, weil diese dann eben nicht mehr als irreal abgewertet werden können im Eigenwertesystem. Was andere jetzt davon halten, ist vielleicht sekundär, aber im Eigenwertesystem hat man, ist es, ist eine der Leistungen, die Heimtheorie da auslöst, oder eine der schönen Sachen, die Heimtheorie da auslöst, ist, man kann, man hat plötzlich eine Öffnung aus diesem Teil der Sinnlosigkeit hin zu etwas anderem, nämlich dem, was eigentlich immer schon da war, an das man sich vielleicht nicht zu glauben getraut hat. Es ersetzt nicht das Thema Glauben, Vertrauen und moralisches Handeln, aber es schlägt wirklich die Brücke dahin. Okay, also es ist eine, du hast gesagt, es ist eine Krücke. Warum hast du gesagt, es ist eine Krücke, aus deiner Sicht? Weil man die Welt nicht verstehen kann. Die letzten Fragen kann man nicht mit dem Verstand verstehen. Man könnte also fragen, was, ja, wenn man angibt, das Universum hätte mit dem Urknall begonnen, was es bei Heim nicht hat, aber das mal abgesehen, könnte man fragen, ja, was war denn vor dem Urknall, was hat den verursacht? Und so kommt man an kein Ende. Das heißt, mit diesem linearen Verstandesdenken kommt man nicht an die Antwort. Man muss irgendwann den Sprung machen und in die, ja, es fühlen, was da tatsächlich ist. Und wie ich auch schon gesagt habe, dass dieses Reich der Ideen formal beschreibbar ist, gibt nicht an, warum es da ist. Und vielleicht könnte man mit noch komplexeren Theorien noch einen Schritt weiter gehen, vielleicht geschieht das auch irgendwann, aber die bloße Tatsache, dass man davorstehen kann und staunen und auch sagen kann, ich weiß nicht warum und ich setze jetzt mal, ich bringe dem jetzt der ganzen Existenz mal dieses Vertrauen entgegen, dass ein Sinn dahinter steckt. Der ist hochgradig bereichernd, aber das ist nichts, was man in eine Gleichung packen kann. Das ist eine Frage der persönlichen Transformation, der persönlichen Fähigkeit, das zu empfinden. Und dafür ist unerlässlich eine Art von spiritueller Praxis. Ganz egal, was das ist. Okay, also da ist die Heimtheorie deswegen die Krücke. Vielleicht gerade auch für Leute, die wie wir vielleicht auch ein bisschen verkopfter sind. Also dass man da dann eine Möglichkeit hat, sich dem zu nähern. Aber die Ebene, die Herzverpflanzung sozusagen, ich bekomme eine Krücke mit Heim, aber die Herzverpflanzung, also wirklich eine Beziehung, eine Beziehungsebene, die eigentliche Realität, die Sinn und Ziel gibt, das ist eine andere Hausnummer dann. Genau, wie du sagst, eine Praxis. Zum Glück, weil dann müsste jeder Physik studieren, der sich Gott nähern will, sage ich mal. Das ist ja nicht nötig, zum Glück. Ja, das stimmt. Das wäre sonst ganz schön kompliziert, weil wenn man Dinge über Heim liest, das ist wirklich eine Herausforderung, auf jeden Fall. Ja, sehr faszinierend. Du hattest einmal, da muss ich auch noch mal kurz nachfragen, weil ich das sehr interessant fand, auch wieder auf deinem Kanal ein Video dazu gehabt, da hattest du irgendwie Gedanken verbunden zwischen auch diesen, ja, den eigenen Werten, die wir haben und sogar sowas wie Reisen im Universum. Ja. Kannst du dazu kurz was sagen, wieso du die beiden Punkte verbunden hast? Jetzt muss ich kurz nachdenken, was das war. Also Reisen im Universum ist, wir haben es schon kurz angeschnitten, wenn man sich, die anderen Welten sind Ideen aus unserer Sicht und wenn wir uns in eine andere Welt bewegen, auf welche Weise auch immer, sei mal dahingestellt, dann erscheint plötzlich unsere Welt als Idee nur noch. Und dann ist es eine Frage der persönlichen Konzentrationsfähigkeit und buchstäblich Zielsetzung, dass man sich auf einen anderen Aspekt dieser Welt, die man gerade verlassen hat, konzentriert. Und wenn man dann den Prozess rückgängig machen kann, dann ist man dort. Dann hat man sich nicht bewegt, sondern man ist aber trotzdem gereist. Und das ist die Antwort auf alle, die sich fragen, wie funktioniert interstellares Reisen. So einfach kann man es beschreiben. Die Ausführung ist nicht einfach, aber das Verständnis, warum das also in Raum und Zeit nicht geht, dafür kann man viele Argumente anführen, aber in sechs Dimensionen geht es sehr leicht. Das heißt eine Art... Dimensionssprung, Dimensionsverschiebung. Ja, ich dachte an das Wort gerade, was heute oft in der Psychologie, worüber gesprochen wird, halt Achtsamkeit. nur eben in einem Ausmaß, was Menschen aktuell einfach, vielleicht gibt es Personen, aber was man normalerweise eben so nicht erreicht hat bisher. Und es gibt Berichte über Personen, die beherrschen Teleportation oder Bilokation. Sowas ist das. Ja, okay. Und wäre das von dem eigenen, ich sage jetzt mal wieder, moralischen Entwicklungsstand dann irgendwie, wäre das damit verbunden unter Umständen? Unbedingt, weil, wenn man sich nicht richtig konzentrieren kann, oder irgendwelchen Mist denkt, dann gelangt man sonst wo hin. Also wenn man in diesem Zustand ist, dann muss man den in der Lage sein zu kontrollieren. Sonst wird das nicht funktionieren, im besten Fall. Im schlimmsten Fall kommt man an verschiedenen Orten an. Das ist, glaube ich, auch nicht gut. Ja, hoch faszinierend, weil ich finde gerade diese Verbindung auch, hier auf dem Kanal sind ja auch viel christliche Themen. Und da finde ich es so interessant, es gibt so Aussagen vom Apostel Johannes, dass er irgendwie sagt, was wir sein werden, wissen wir nicht, aber wir werden Jesus gleich sein. Und da gab es ja auch diese Phänomene, dass er plötzlich irgendwo auftauchte, nach seiner Auferstehung, war plötzlich in einem Raum, der abgeschlossen war. Und halt diese ganzen Sachen. Und das da eigentlich auch immer, der Gedanke ist ja, die Menschheit, da ist eine Zielrichtung, eine Zielgebung, die eigentlich für Menschen sehr gut wäre, und für die ganze Menschheit, wenn man sich da weiter veröffnet. Was würdest du sagen bei der Heimtheorie auch, was sind deine Wünsche, was ist deine Arbeit aktuell selbst an der Heimtheorie? Wie geht es da weiter? Was ich als meine Aufgabe betrachte, ist, sie lebendig zu halten und etwas verständlicher rüberzubringen, als das bisher gemacht wurde, sage ich mal. Heim selber, er hat ja, das habe ich gleich gesagt am Anfang, also er hatte keine Hände und konnte fast nicht hören und sehen, andere mussten für ihn schreiben. Er war also auch nicht in der Lage, ja, Zeichnungen zu machen von seinen Ideen. Das haben andere für ihn gemacht und er hat es abgenickt. Aber er hat halt notwendigerweise immer sehr abstrakt gedacht, auch sehr kondensiert. Und da, also das Nachzuvollziehen ist extrem schwer. Und das habe ich mir zur Aufgabe gemacht, dass, nachdem ich mal einen Vortrag von Heim gehört hatte und irgendwie empfunden habe, also so richtig ist es nicht gewesen oder so gut ist es nicht dargestellt, das musst du irgendwie besser machen. Das ist schon viele Jahre her. Ich habe damals gesagt, ich muss es besser machen und viele Jahre später wiederum habe ich dann selbst damit angefangen, weil, ja, man muss sich wirklich über, wirklich über Jahre immer mal wieder damit beschäftigen. Ich habe es nicht als Fulltime-Job gemacht, um Gottes Willen, aber das Beste war, habe ich festgestellt, mal eine Zeit lang intensiv, dann wieder weglegen und dann wieder einsteigen und so schichtweise, arbeitet man sich rein in die Originalliteratur. Und dann habe ich eben angefangen mit dem Kanal Sechs Dimensionen in Farbe und ich freue mich, dass ich so viel positiven Zuspruch bekomme, dass also Leute mir schreiben, jetzt habe ich es endlich mal verstanden, was gemeint war oder was Heim meinte, was von Ludwiger meinte. Und mein Wunsch ist, dass es auf diese Weise lebendig bleibt und interessant bleibt und dass eben auch junge Physiker sich damit befassen und sehen, es gibt noch mehr Ideen als das, was im Lehrbuch steht und es gibt Leute, die haben konsequent in ganz andere Richtungen gedacht und vielleicht wird Heim auch nicht eins zu eins hergenommen und dann plötzlich publik und berühmt posthum, sondern es soll einfach inspirieren. Wissenschaft ist ja ein Prozess und es geht immer, manchmal gibt es große Sprünge, aber auch die kleinen Schritte sind wichtig und wenn sich einfach, wenn einfach Menschen meine Videos sehen und sagen, jetzt habe ich da wieder einen Impuls bekommen und für meine eigenen, für meine eigenen Gedanken, das ist, das macht mir auch Freude. Ja, und das machst du sehr gut, also da auch an jedem hier, schon mal der Hinweis unten drunter, ist auf jeden Fall der Kanal verlinkt von Hannes, geht da hin, abonniert den Kanal, schaut euch wirklich die Sachen intensiv an zu Burkhard Heim. Ich kann sagen, man muss Videos auch mehrmals sehen, dann, um es trotzdem irgendwie sacken zu lassen, was aber auch Spaß macht, also das nach und nach zu verdauen und dir dazu zu hören. Hast du etwas Persönliches noch, was du sozusagen nach draußen mitgeben möchtest? Du hast jetzt gerade schon gesagt, dein Wunsch ist es auch, dass sich Physiker vielleicht damit noch mehr beschäftigen, du willst die Menschen erreichen, hast du noch sozusagen abschließend einen Gedanken, der dir sehr wichtig ist zur Heimtheorie und dem, was da eben passiert mit, was du vielleicht noch nach außen an alle irgendwo jetzt hier abschließend teilen möchtest? Ja, wichtig wäre mir zu sagen, dass auch wenn man jetzt Heimtheorie, wenn man sich jetzt so weit reinarbeiten würde in Heimtheorie, dass man sagen könnte, man versteht sie, dass man selbst dann nicht aufhört zu sagen, es gibt noch mehr, weil man ist nicht, es gibt nie einen letzten Schluss der Weisheit, auf dem man stehen bleibt. Wenn man das tut, dann wird irgendwann, in vielleicht 100, 200 Jahren, wird die nächste abstruse Theorie kommen und sagen, ich habe das viel besser verstanden als dieser, als dieser blödsinn Heimtheorie damals, und dann ist es wieder so ein Kampf, dass man, dass da einzelne Protagonisten die neuen Ideen durchsetzen müssen, statt dass Offenheit herrscht, für, dass a priori Offenheit herrschen würde, für, ja, für Neuigkeiten. Neuigkeiten sollten nicht mit Ablehnung und Angst begegnet werden, sondern grundsätzlich mit Freude. Die sind da, um zu bereichern und einen voranzubringen. Und sich nicht ausschließlich verlassen auf den Intellekt. Der Intellekt ist ein Werkzeug des Geistes. Der Geist muss trainiert werden auf andere Weise und darüber gelangt man an die persönliche Zufriedenheit und sein persönliches Lebensglück. Nicht über den Intellekt. Der Intellekt kann dazu beitragen, aber das ist nicht der, das ist nicht das einzige Mittel, das dazu notwendig ist. Hannes, ich sage ganz, ganz vielen lieben Dank für die Zeit, die du dir genommen hast, für diese wichtigen Dinge, die du jetzt auch abschließend gesagt hast. Wie gesagt, abonniert seinen Kanal, besucht Hannes auf sechs Dimensionen in Farbe. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir und euch da draußen, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Gedanken habt, schreibt die gerne unten drunter in die Kommentare, dass wir darauf eingehen können und ansonsten wünschen wir jetzt erstmal eine wunderschöne Woche und freuen uns, ja, dann werden wir uns im nächsten Video wiedersehen. Vielen Dank, Hannes. Vielen Dank, dass du da warst, Jascha. Hat dir Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017